Dann fangen wir einfach hier an. Okay Leute, damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von It Takes Two. Wir haben es uns endlich geschafft. Ich habe es geschafft. Es war die Taste A. Ja, noch ein bisschen nach links gedrückt und dann auf einmal flog er richtig. Ja okay, passt ja. Jetzt können wir hier so eine Tür aufmachen. In ihr geht's. Just keep holding that door. Ja gut, ich halte. Kannst du die von der anderen Seite auch halten? Ist da auch so ein Griff dran? Nee, ne? Nee. Okay. Also ich habe ja wieder so ein Teil. Ja. Aber das hustet ja nur. Oh, du kannst die Lüfter anhalten. Warte, dann kann ich hier so durchlaufen. Aha. Cool. Okay. Was können wir denn... Äh... Okay. Halt... Ja. Aua. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ach so, wir müssen uns irgendwie... Du musst... Ich glaube, du musst dann direkt da hinrennen. Ja. Nach dem du... Nachdem du gedrückt hast. Gehen Sie mal rein. Müsstest du da hinrennen? Ah, ganz kurz zu spät, schade. Ja, wir müssen uns ein bisschen schnell sein. Ja. Du kannst dich ja auch nicht direkt wieder bewegen. Nee. Du kannst ja schon von weitem E drücken, sobald der Knopf schon auftritt. Ja. Du kannst ja theoretisch schon, wenn du hier bist, kannst ja theoretisch schon drücken und die springt dann gleich da hin. wieder ganz knapp zu spät. Ach so, äh... Ich war noch nicht drücken. So. Jetzt, auf geht's. Direkt durch Sprinten. Jetzt eh... Ah, das gibt's doch nicht. Du hättest schon früher drücken. Boah, muss man da schnell sein. Du hättest schon früher drücken können eigentlich. Weil du den Knopf siehst, hau einfach drauf. Ja. Hä? Ah, jetzt war ich da. Ja. Nochmal. Mödes Drecksding. Soll ich das sonst mal versuchen und du drückst? Ja, wir probieren nochmal und dann machen wir das so. Oh! Ich bin immer da, wenn's gerade auch da ist. Okay, machen wir mal andersrum. Ja. Oh, du warst. Na schön. Sehen sie hier. Sie hat die Stimme kurz so gedämpft da, während sie in das Rohr reingeflogen ist. Oh, verflucht. Tja, nicht ganz so fugisch eingeschätzen können hier. Oh Gott. Was ist denn da? Oh, cool. Deine 2D-Passage. Geht's jetzt lang? Oh, das ist ja ein langer Tunnel diesmal. Ja. Ja. Das ist gefährlich. Ja, okay, warte mal. Habe ich mir jetzt gerade nicht getraut. Ach, verflucht. Ich mache mal aus Versehen, wenn ich es eigentlich so nach vorne dashen will, die Stammvorteile. Das ist ein... Ja. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, da drüben. Okay. Hätten wir das schon mal? Ja. Was ist das für ein... Ah, ein Ventil. Oh, ah. Spring da mal drauf. Kann man da drauf? Müsste es sein. Ich muss mich am Rand festhalten, glaube ich. Mach mal noch ein Stück höher. Äh, warte. Nee, andere Richtung. Ah. Super. So, was muss ich machen? Ich habe hier kein Drehrad. Ja, guck mal, ob du da irgendwie... Da hinten kann ich hin. Ah, da ist irgendwas. Irgend ein Knopf. Ah, ja. Ah, ja. Oh, we made it over. Ja, let's keep moving. Was denn hier? Oh. Oh mein Gott. Uiuiuiui. Uiuiui. Das... Das war nicht ohne. Ja. Und... So, jetzt habe ich's. Was machte... Achso. Geh mal ins Erste. In den ersten Luftstrom. Ich bin schon zu weit gesprungen. Ich sag jetzt, wenn ich springe, okay? Warte. Jetzt. Okay. Jetzt. Cool. Na gut. So, jetzt... Habe ich hier einen Hebel? Ja. Oh, jetzt musst du das machen. Oh, ähm. Ja. Äh, jetzt. Und jetzt. Oh, das war knapp. Oh, jetzt war knapp. Okay, wir haben's. Das ist das für ein Ding. Ja, was ist das? So, das ist wie so ein Staub. So ein Saugroboter. So, was ist das denn jetzt? Und wir in einer Kontrolleinheit? Ein bisschen aus wie mein PC von innen. Das ist bloß nicht so dreckig. Die Batterie liegt hier rum. Schön. Oh, was haben wir denn hier? Gut erfasst sein, dass wir... Oh. Wieder so Batterien einsetzen müssen. Ah ja, ich hab wieder... Da wieder ein Schlauch. Kann ich nicht rein? Äh, da hinten wahrscheinlich. Ah, okay. Autsch. Autsch. Klopp. Okay. Dann ab durchs Rad. Ich find's echt schön. Auch grafisch so. Voll. Guck mal. Die Animation auch. Mit der Wampe. Hm. Was ist das denn gewesen? Das ist denn... Da fang... Äh. Hä? Was? Was ist denn das? Oh. Ei. Warte mal, ich versuch mal was. Da ist was drin. Mach mal eine... 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 eine Stampfattacke auf den und ich gehe dann von oben nochmal drauf. Okay. Das könnte klappen. Ich glaub, du musst schon ein Stück eher anfangen. Ich glaub, wenn ich in der Luft bin, musst du schon... Ja. Ja, jetzt müsste ich das Ding nur noch treffen, dann... Nee, das ist dann irgendwie... Willst du mir überhaupt irgendwas mit dem Ding machen? Ich glaub, das ist nur Deko. Okay. Hier geht's ja trotzdem weiter nach oben. Okay, was haben wir denn hier? Wow. Naja, ich geh mal weiter. Wie schön. Oh mein Gott. Was ist das hier? Ah. Ich mag aber diese Staubsauger... äh... diese Rohrphasen. Oh Gott. Hilfe. Miau. Weißt du, was mir auffällt? Zeit geht extrem schnell um irgendwie. Wir haben schon wieder eine halbe Folge oben. Oh, Hilfe. Tatsache. Schaffst du's? Ja. Langsam hab ich den Dreh raus. Ja, ja. Jetzt hat mir etwas gedacht. Guck mal, da war der... Da unten ist der Staubsauger da in der Mitte. Oh, Tatsache. Wir sind hier nicht bei Shellshock. Achso, warte mal. Ich muss wieder... Weißt du, was war das? Wahrscheinlich musst du wieder da drüber springen und dann... Okay, Doppelsprung. Muss ich das irgendwie umstellen. Warte mal, wo muss ich hin? Zu dem roten Teil wahrscheinlich. Sag wieder jetzt, okay? Ja. Jetzt? Oh. So, wie dreh ich mich? Ah. So, okay. Sieht aus. Jetzt? Es ist zu weit. Kannst du das mal kurz versuchen? Oh, jetzt bin ich schon drin. Ja. Also eigentlich, ich muss mich nur gut ausrichten. So. Jetzt. Ah. Ja. Wunderschön. Finde May. Ich muss nicht... Finde Cody. Da hinten bist du. Ja, da. Und sonst so? Ähm. Was mussten du? Ah. Ja, toll. Muss ich da rein? Ach, da ist eine Plattform. Oh, ey, ich muss... Ich versuche das mal zu steuern. Okay, passt. Ich bin drauf. Ach so, ich muss mich ducken. Was? Ach, du musst dich ducken. Ja, ja. Ich komme sonst nicht durchs Loch. Nein, scheiße. Sorry. Warte, es steht gerade gut. Äh, warte, wie durche ich mich? Äh, äh. Kannst du dich schon ducken? Ja. Bin geduckt. Oh Gott, was geht mit der Kamera ab? Okay, drüben. Super. Ja, die Kamera ist manchmal etwas... Ja, macht echt Spaß, das Spiel. Ja, macht super Spaß. Was ist denn das hier? Ach so. Geh mal... Der kommt automatisch wieder hoch. Ja, dann... Der kommt wieder hoch. Kannst du da reinspringen? Also wäre das... Ja, könnte ich, aber du musst, glaube ich, den Schauch vorher noch bewegen, weil sonst... Äh, ne? Au, nee, warte, ich habe eine andere Idee. Ich den Schlauch hier... Nee. Ich würde den Schlauch darüber bewegen. Kannst du den hochheben? Oder... Nee, ich. Anders, anders. Stell du dich nochmal dahin, wo die Plattform hochkommt. Oh Gott. Ja. Und dann spring, während, ähm... Das Ding hochkommt, da oben rein. In den Stöpsel. In den... In den Trichter. Und dann renne ich vor... Und heb das Ding hoch. Okay, ja. Uiuiui, das wird schwer. Bist du bereit? Also in den Stöpsel oder in den... Ach nee, ja. Warte, in den... Da oben rein. In den Trichter oder in den Stöpsel? Ja, in den Trichter. Okay. Ist das, was ich eingefallen. Ja. Ist bereit. Gut. Oh, das ist so hoch. Da komme ich nicht, äh... Oh. Dann muss ich in den... In das andere Teil springen. Da musst du versuchen, zum Rohr vorzugehen, während ich im Loch, äh, im Rohr bin. Warte mal. Und dann bewegst du das nach oben, sodass ich da drüber, äh, hüben, drüben hinfliege. Was macht denn dieses Rohr hier? Ja, da will ich jetzt reinspringen. Ah. Da komme ich rein. Während ich im Rohr bin, versuchst du mich mal da... Ja. ...drüber zu buxieren. Hoch, ziehen! War das genug? Nee, oder? Nicht ganz. Aber es klappt. Ja. Alle Mann an Deck. Jawoll. Oh, jetzt habe ich hier einen Knopf. Ach, das kehrt das... Ah, und jetzt kannst du da reingehen und kommst oben beim Trichter wieder raus. Okay. Und dann kommst du irgendwo hin. Oh, oh, okay. Da muss ich wieder seitlich drücken. Moment. Was ist denn das hier? Hä? Kann hier irgendwas, äh, schießen? So, ich bin drüber oben. Drück mal den Knopf. Was passiert denn dann? Ah. Äh, okay. Ja, das passt schon. Das kommt jetzt hier raus und dann da rein. Ah, ich denke, wir können ein bisschen von diesem Duster benutzen und andere Sachen. Machst du das Zeug mal schön da rein, dann... ...hau ich dem... ...das Ding damit voll. Ach, ich muss das auch sammeln. Okay. 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 Ja, ich habe ja Star Wars Battlefront gespielt, da passt das schon. Achso, und jetzt kannst du da drauf springen und den als Plattform benutzen, wahrscheinlich. Der ist runtergekommen, okay. Ja. Ach, jetzt hast du wieder dieser Doppelsprung plus Dingsbums. Ja, Doppelsprung und dann nach vorne einmal. Oh, wobei, nee, passt schon. Okay. Was ist das hier? Ah. Okay, das zieht nach. Oh ja, jetzt kommt der Boss. Und es ruckelt. Jetzt nicht mehr. Bei mir hat alles gepasst. Nein, 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 nein. Sie ist richtig, sie ist ein Enginheer. Eine wirklich gute Idee. Sie sind, Sie sind sehr gute. Ha! Hey, Matthew. Are you wirklich gonna believe that, huh? Because I would not. Don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, ist das so? Then why did you buy the expensive Turbo X 2000, huh? Hey! What? You replace me with the Turbo X 2, thumbs up! A pretentious French Matthew, who can't even suck properly. I'll show you who's the best sucker! Okay, I'm out of here. See you later. Ja. So, Bosskampf, ob diese Folge oder nächste. Ach, komm, mach mal noch. Oh Gott. Ähm, ähm, ähm. Ich hab ne Lebensleistung, okay. Ähm. Was zum... Ah! Äh, kannst du unten das irgendwie rein saugen? Ich versuch's, ja. Ja. Recht ist's. Hat es Schaden genommen? Wow. Ich hab ne. Ey, ey, ey. Warte, warte. Ich hab ne, du, du, du. Nein, ich hab ne, du. Ich hab ne, du. Ich hab ne, du. Ah ja. Wow, nice! Schöööön! Oh, der hat gesessen, oieieiei. Boah, also ganz flüssig läuft's nicht mehr bei mir. Jetzt hat er richtig kassiert. Bei mir geht's noch. Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Hilfe, oieieiei. Wow. Passt. Autsch. Okay, rein mit dem Zeug. Boah. Boah. Oh nein. Kommst du ran? Komm ich nicht ran. Oh Gott, ich wäre fast runtergefallen. Boah. Oh nein. Der darf zukünftig nicht sterben. Äh, ja, ich gebe mein Bestes. Auf geht's. Ein staubsauger Turm. Au, 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 au. Aber das war ein bisschen. Hau. Ja, ich bin. Aber die muss. Nein. Ich bin so. Ja. 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 Wie hat ihn schon gemacht? Wie ist das denn? Oh Gott. Das war gerade am Ende eine ganz schöne Ruckelparty bei mir. Ja. 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 Komm schon. Wir müssen uns finden Rose bevor sie weg. Ich hoffe, sie weiß was zu uns. Sie muss wissen was. Sie hat diese Ruckelparty gemacht. Sie hat diese? Ja. Warum hat sie sie aussehen wie wir? Ich weiß nicht. Warum hast du mir nicht erzählt? Warum würde ich? Sie ist ein Kind. Sie spielt mit allen Dingen. Ja. Ich glaube so. Komm schon, wir finden sie. Wo sind wir? Wenn wir die Folge jetzt erstmal beenden. Genau. Haben wir viel geschafft heute. Wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch mal bei Aradon vorbei. Ich glaube ich habe es in der ersten Folge schon mal gesagt. Ja. Ich auch. Link ist zu ihm und bei ihm zu mir in der Videobeschreibung jeweils. Bis zum nächsten Mal. Jupp Tschüss. Jupp Tschüss.